seid gegrüßt meine lieben das ist heute ein guter tag kennt ihr das mir steht auf und habt einen gedanken und aus diesem gedanken wird die tat ich hatte den gedanken mensch jetzt schwingst du dich auf rad auf dein rad und fährst in den wald und durchlüftest da mal wieder deine birne was ich tatsächlich öfter brauche bei naja bei den ganzen unangenehmen dingen die eine forschertätigkeit mit sich bringt sagen wir es mal so und auch wieder klar zu sehen wenn ich in die natur geht dann weiß ich was steht als nächstes an was habe ich als nächstes zu tun und das ist so wunderbar das ist die tage gibt es nicht häufig bei mir und ich vermute mal dass es euch ähnlich geht wenn der gedanke der tat folgt oder in die tat umgesetzt wird und da dachte ich mir mensch heute machst du wenn du zurückkommst bis jetzt so gut drauf jetzt machst du endlich die lästige folge ja also in diesem sinne willkommen zu dieser kleinen aber lästigen propagandakunde und ich glaube es ist tatsächlich die erste folge die ich im hellen aufnehme ist mir auch aufgefallen ja wieso lästig und wieso habe ich mich davor gedrückt warum ist propaganda so ein lästiges thema wenn man einmal verstanden hat wie propaganda funktioniert und sie im wesentlichen durchschaut hat ihre mechanismen und muster dann sind selbst in anführungszeichen neue methoden da braucht man da nicht allzu lange für um auch die zu durchschauen egal ob das ja ob wir da in den ersten weltkrieg zurückgucken den zweiten oder jetzt in die moderne zeit und das fing diese folge fing eigentlich ganz harmlos an da war ich auf dem rückweg zu mir nach hause und habt an einer haltestelle gesehen eine ein plakat an einer bus haltestelle und das war knallrot und das habe ich da gelesen und habe mich fürchterlich darüber aufgericht und habe mir gedacht ihr schweinepriester euch werde ich einen knüppel zwischen die beine werfen und zwar ohne dass ich tatsächlich ein werfe sondern ich zeige den menschen wie ich reiße euch die maske vom gesicht in dem sinne dass die das nächste mal eine haltestelle sitzen oder dran vorbeilaufen und dieses plakat oder ein anderes sehen und denken ach ja halt stopp mal das und das ist wahrscheinlich damit gemeint ja und wenn ich das bei einem von euch erreicht habe dann hat sich das gelohnt also ich habe mich eine weile drum ja gedrückt diese folge zu machen weil es für mich ist es tatsächlich lästig es ist kein schönes thema aber ist es umso wichtiger um zu verstehen was das mit uns macht wie propaganda auf uns wirkt und dass wir auf es wollen oder nicht danach handeln das ist das schlimme das ist das fiese daran diese unterbewusste programmierung die über jahre hinweg geht und dann ein punkt genommen wird zack da haken wir ein das nutzen wir aus ja da steige ich dann jetzt ein also was sehen wir hier auf dem plakat abgesehen von einem knallrot was ja schon an sich eine signalfarbe ist und auffälliger geht es nicht mehr ich habe dann später gesehen das gibt diese plakate auch in grün gelb und rot grün gelb und blau die zeige ich euch hinterher und wir sehen erst mal die erste zeile es macht viel und dann das nächste wort aus so aus ist bestimmt noch mal eine halbe schriftgröße größer größer als die erste zeile es macht viel und es ist nicht nur größer sondern auch das u hat ein ja sieht aus wie ein symbol ne habe ich mir gedacht ich habe sofort obwohl ich es seit ich damals von zu hause ausgezogen bin es nicht mehr habe und nutze ist mir diese verbindung unterbewusst direkt klar geworden und da habe ich mir gedacht so eine perfide scheiße das ist das muss das musst du durchschauen also durchleuchten und damit es damit ihr es durchschauen könnt so rum und wenn man dann weiter ich komme gleich noch darauf auf das symbol und komme ich gleich darauf zu sprechen ich wollte einmal den text hier durchgehen jetzt in weiß wenn du deine raumtemperatur um ein grad reduzierst ja das ist die oberflächliche botschaft die gesendet wird bitte deine raumtemperatur um ein grad reduzieren in weiß wir wissen weiß die unschuld ist weiß wir waschen unsere hände in unschuld wir haben es ja geschrieben bitte um ein grad reduzieren das ist wenn man mal darüber nachdenkt ähm ne braucht man gar nicht drüber nachdenken das kommt in der der nächsten zeile steht es ja schon das ergebnis interessanterweise oder bemerkenswerterweise im kleingedruckten so sparst du beim heizen sechs prozent deiner heizkosten ja ähm rechnen wir das doch mal um auf einen euro gerechnet sind das sechs cent ähm wenn wir das mal 100 nehmen also auf 100 euro gerechnet sind das sechs euro wir sprechen hier vom sechs euro ersparnis und wenn man das ins verhältnis setzt was dafür in bewegung gesetzt wurde um diese kampagne hier zu starten ähm gut es ist ähm immerhin nicht auf staatskosten sondern auf firmenkosten die firma könnt ihr hier sehen ein energielieferant ähm aus meiner region und ähm ja ist es das wert also energiesparen versteht mich nicht falsch an sich ja an den richtigen stellen wohlgemerkt die auch wirklich was bringen und ich bin selbst einer der immer ganz stolz ist wenn er dann nach einem jahr die gasrechnung kriegt und nach wieder ein bisschen weniger gas verbraucht ähm mir geht es aber tatsächlich mehr um das verbrauchte gas als das eingesparte geld denn und das ist auch das worum es denen hier geht nicht dass man der den rohstoff gespart hat sei es nun gas öl oder strom ähm und damit der umwelt einen gefahren getan hat sondern hier geht's hier wird gezielt auf euren geldbeutel gegangen ähm beziehungsweise sie sprechen euch hier auf euren geldbeutel an und das zieht ja bei den meisten menschen oh da kann man was sparen aber jetzt überlegt euch mal sechs euro im verhältnis äh auf 100 euro gerechnet das ist ja ja es ist eigentlich schon lächerlich ähm also ich finde es lächerlich im verhältnis dazu was für eine riesen kampagne hier daraus gemacht wird und für äh Stadt für Bochum ist das eine tatsächlich eine größere Kampagne wenn sie an äh sämtlichen Bushaltestellen klebt und ja dann kommen wir doch jetzt ähm ach genau ähm meine erste Verbindung im Kopf war auch es die erste Zeile es macht viel aus äh ist doch wieder direkt die unterschwellige Botschaft mach viel aus also schalte viel aus schalte viele Geräte aus und die Bestätigung davon seht ihr im Kleingedruckten unter dem so sparst du heizen sechs Prozent denn es macht viel aus wenn du viel ausmachst jetzt mitmachen jede Kilowattstunde zählt ja so jetzt zur Analyse ähm wie gesagt rote Signalfarbe ähm es gibt zwar auch noch andere aber bei uns im Viertel hängt nun mal rot und wenn du auf dich aufmerksam machen willst ist genauso wie bei äh Kleidung na das ist die Männer kennen das mit Sicherheit ähm wenn da wenn sie ein fesches Mädel im luftigen roten Sommerkleid sehen ähm das sticht heraus ähm umgekehrt natürlich auch bei den aus der Sicht der der holden Damenwelt ähm wenn sich da mal ein Mann in äh rote Schale schmeißt was selten genug vorkommt aber die gibt's ähm ja das ist das fällt auf das sticht ins Auge und ich hab mal irgendwo gelesen dass äh für für eine Frau sogar sehr unterschwellig anregend ist wenn es ein dunkler rot Ton ist so Bordeauxrot das ist ach da springt Frau am liebsten drauf an ohne dass sie's merkt ach ja ja das ist äh das können Farben bei uns bewirken und diese äh schreit ja danach äh lies mich guck mich an nimm mich wahr und vor allem nimm mich ernst ja äh dann zu dem Symbol ich hab sofort gewusst ach das kennste doch das kennste doch das U-Zeichen mit dem Strich durch äh sieht aus wie der Dreizack so ein bisschen äh ja aber nee hier ist was anderes gemeint etwas was jeder von euch der es noch tut ähm jeden Tag macht und ich behaupte wirklich die die es tun die machen es wirklich jeden Tag es ist ich hab's extra ähm nicht dass man sagt ach das ist ja ein Zufallssymbol ich hab eine kleine Collage hier gemacht einen Zusammenschnitt von Family 9 und der Ein- und Ausknopf seht ihr das das ist immer derselbe ja ist ja seltsam warum nehmen die denn den Ein- und Ausschaltknopf der Fernbedienung hier als Symbolbild äh des Wortes aus tja ganz einfach weil es jeder kennt und jeder der einen Fernseher hat damit sein Gerät ausschaltet man schaltet ihn zwar auch ein aber das kann man ja auch anders machen indem man direkt die Programme wählt also das Symbol das man ja in der Regel meistens betätigt zum Ausschalten ist tatsächlich dieser rote Ausschaltknopf und diese eigentlich an sich sehr alltägliche belanglose Handlung die viele über Jahre manche Jahrzehnte gemacht haben die ist zur unbewussten Handlung geworden und auf diese unbewusste Handlung ähm hakt diese Propaganda hier ein ähm und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise nämlich es ist fast schon naja die meisten werden es vielleicht spätestens jetzt schon selber die Schlussfolgerung gezogen haben nicht dreht die Heizung um einen Grad runter sondern aus mach die Heizung aus aus ist hier das Signal fort ausmachen ne nicht um einen lächerlichen Grad runter regulieren damit du sechs Euro sparen kannst ganz am besten gleich ganz ausmachen frieren sollst du ja frieren sollst du für die Ukraine jawohl da kann man doch mal frieren das ist die eigentliche Botschaft ne und das ist sowas von unmissverständlich durch die Verbindung des größten Wortes aus dem Aus-Symbol als Fernbedienungs Ausschaltknopf Zeichen ähm die rote Signalfarbe und vor allem ja die Nachrichten die einige von uns noch tagtäglich hören ähm selbst die die sich ähm über alternative Medien ähm schlau machen die hören's die kriegen's ja auch mit die Botschaften ne wird ja ständig wiederholt ja Energiekrise steht bevor und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und ja kann auch sein dass wir den Winter auch mal frieren müssen für die Ukraine äh kann man das ja mal machen und auch nicht nur einen Winter sondern am besten gleich mehrere ja so jetzt haben wir den Deutschen am Wickel und äh da haben wir noch ein 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 dickes Gewicht was wir auf seine Schulter laden damit der noch tiefer und graben gebeugt durch den Alltag schleicht oder besser gesagt kriecht auf allen Vieren ja darum geht es die Heizung aus frieren und wie es bei den meisten ist und so auch bei mir wenn kein Gas da ist ähm oder wenn man Gas sparen möchte dann muss man auch kalt duschen dann muss man auch kalt duschen und kalt duschen im Winter ist ist wirklich eine fiese Angelegenheit wenn man das nicht gewohnt ist man kann sich dran gewöhnen ja ist auch nicht das Schlechteste um den Kreislauf in Gang zu bringen aber darum geht es hier nicht ich denke vor allem daran äh an die alten Menschen äh na die äh die noch ganz andere Zeiten miterlebt haben die in den 40ern oder gar noch den 30er Jahren groß geworden sind und den Krieg miterlebt haben äh von denen sollte keiner mehr frieren gar keiner mehr das haben die nicht verdient genauso wenig kleine Kinder die in Familien aufwachsen ähm wo die Eltern ähm da nicht so schnell hinter steigen hinter diese Art Programmierung und Gehirnwäsche ähm denn es ist eine das ist nicht nur das ist die meisten verstehen unter Gehirnwäsche ja das ist da wird jemand auf den Stuhl gesetzt und der kriegt dann voll das Fernsehprogramm dann auf so einem fetten Monitor äh in seinen Hirn eingeprügelt und dann mit Streichhölzern werden dann seine Augen aufgehalten und äh naja das funktioniert viel warum es funktioniert viel besser wenn man das jeden Tag im Fernsehen durch Werbung durch Parolen durch Botschaften Symbolik und so weiter ähm in einen Eintrichtern kann dass es für uns zur Gewohnheit wird ja also um die ähm geht es mir vor allem ne unsere älteren Menschen und die junge die ganz junge Generation die hat das nicht verdient alle anderen die können sich ähm ja die sind äh in der Selbstverantwortung ähm sich diese Dinge anzueignen zu erfragen zu hinterfragen und selbst wenn man das noch nie gemacht hat eben was zu hinterfragen kann mir keiner erzählen dass gerade in den letzten zwei Jahren äh der durch die Gegend gelaufen ist und noch nicht einen kritischen Bemerkung hier wo man gehört hat der ihm zu denken hätte anregen können ja also und mal abgesehen von der von der Botschaft jetzt ähm mal zur praktischen Seite zu kommen ähm also wie praktisch ist dieser verkappte Tipp in Anführungsstrichen für die meisten dann für uns ähm das setzt doch einen Raumthermostat voraus das eine Digitalanzeige hat erstens zweitens muss sich das am besten auch noch in dem Raum befinden wo du dich den ganzen Tag lang aufhältst sodass du das ja auch beobachten kannst und vor allem dass es ja genau in dem Raum nutzt ähm den du auch selber täglich am meisten nutzt ne was nutzt das wie bei mir hier als ich hier eingezogen bin das ist wer wer kommt auf so eine da habe ich mir auch wer wer kommt auf so eine Idee ein Thermostat ein Heizungsthermostat in den Flur zu hängen da hat doch einer wieder nicht nachgedacht da hat doch einer nicht nachgedacht was soll denn ein 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 zugiger Flur in einem Altbau da muss das Thermostat doch zwangsläufig immer äh tiefer also es ist ja durch den windigen zugigen Flur automatisch zugiger und dadurch kühler ähm als in den anderen Räumen wo die Luft eher steht in Küche zum Beispiel das ist ja so der wärmste Raum am Tag ähm oder auch Wohnzimmer wenn man viele Elektrogeräte anhat die geben ja auch eine Heizungsenergie ab also eine Wärmenergie ab ähm und ja also solche unsinnigen Sachen werden gemacht das ist so und dann fühlt dieses Raumthermostat in dem zugigen Flur dann die Temperatur und die Heizung bollert danach wie bekloppt wie bekloppt und du schwitzt dir hier in dem Zimmer in dem du eigentlich sitzt schwitzt du dich tot und im Flur ist dann gerade angenehme Temperatur ja deswegen habe ich es umbauen lassen ja das kann man auch machen lassen als Tipp für euch das ist bei mir hat es auch der Vermieter übernommen ähm das sind mal wertvolle Tipps ähm wo man tatsächlich was sparen kann und die tatsächlich auch ja für euer Bewusstsein und Wohlbefinden was bringen jeden Tag ne ähm das kommt aber nicht in Kampagnen vor ne die anderen drei Sachen zeige ich euch gleich und ich sehe da äh interessanterweise noch eine zweite Botschaft da drin für diejenigen die diese Propagandaspielchen ja weitestgehend durchschaut haben und von welcher Seite die kommen das kann sich jeder selber denken da scheinen verschiedene Leutchen hinterzusetzen sagen wir mal so also für mich ist es eine doppeldeutige Botschaft nämlich nicht nur mach die Heizung aus sondern mach den Fernseher aus das ist doch ein Schuss in den Ofen Leute das ist doch ein Schuss in den Ofen also für mich ich sehe das als Schuss in den Ofen ja das ist Fernbedienungsausknopf mach den mach den ollen Fernseher aus dann geht's dir gut dann geht das das tut dir gut die tägliche Propaganda die wir uns geben dass du davon mal wegkommst dass der nicht dass die nicht jeden Tag auf unseren Geist eingeprügelt wird und der darunter leidet das ist was fürs Wohlfühlen und achte mal darauf überall darf und soll gespart werden Heizung Kühlschrank Staubsauger was weiß ich alles was so viel zieht Lampen Küchengeräte aber jetzt pass auf auf gar keinen Fall der Fernseher niemals werdet ihr in irgendeiner Werbung an irgendeinem Energiespart egal von welcher Firma von welcher von welchem Staatsbeauftragten von dem kleinen Pisselladen von nebenan und das die Firmen werdet ihr nicht sehen werdet ihr nicht sehen und ich ich fordere euch hier raus das ist wenn ich mich irre gut zeigt mir es falls irgendeiner darauf hinweist macht den Fernseher aus oder holt euch kleinere Fernseher von früher die energiesparender sind muss es 120 Zentimeter sein oder reicht auch die alte Röhre die gute Röhre nein der Fernseher darf nicht ausgeschaltet werden der ist doch systemrelevant er ist systemrelevant wenn die Leute den Fernseher ausschalten dann haben die keine können die keine Macht mehr über euch ausüben sie kommen dann nicht mehr in eure wohnzimmer und damit nicht mehr in eure köpfe rein gut dann kommen sie über das internet ja aber diejenigen behaupte ich mal die den Fernseher schon seit langem verbannt haben und sich eigenständig informieren ist auch wieder so ein dämliches Wort kundig machen kundig machen über das was sie hören möchten und wollen das müssen nicht immer nur das tagesgeschehen sondern das können in den meisten Fällen sind das ja ganz andere Dinge die uns umtreiben die uns wichtig sind viel alltäglicher sind die lebensmittel betreffen kleidung alles was am alltag so anfällt ja nee das ist der der Fernseher darf nicht ausgeschaltet werden das ist auf so einen wahnsinnigen gedanken darf ja nie einer kommen da tröpfelt da tröpfelt doch täglich das Evangelium raus ne ja das ist äh 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 einen lieben Gruß an den äh lieben Mirko an der Stelle ähm der hat das mal wunderbar in einer Sprachnachricht auf den Punkt gebracht ähm ich greife das jetzt auf ich wusste mir war das vorher auch schon klar nur ähm er hat mich noch mal dran erinnert ja stimmt das wirst du nirgendwo sehen nirgendwo ja und am besten soll der Fernseher auch noch laufen wenn es gar keinen Strom mehr gibt ne so wie auf der Titanic als die Musiker noch Musik gespielt haben und das Schiff langsam aber sich abgesoffen ist ja so muss es sein als letztes säuft der Fernseher ab ja wenn oben in unserem Gehirn der Strom ausfällt aber der Fernseher läuft noch so muss es sein genau ja dann gibt ja ich weiß es ist teilweise etwas fieser Humor dabei aber nehmt es mir bitte nicht übel ähm wenn man so viel Schweine-Priester-Propaganda nenne ich sie mal ähm in knapp zehn Jahren Recherchen und Forschung immer wieder mit der Nasenspitze nicht nur drauf gestoßen wird sondern wirklich mit dem Gesicht so richtig reingedrückt wird ähm dann hat man irgendwann keine Lust mehr darauf und vor allem wenn man es durchschaut hat ist es irgendwann lästig einfach nur noch lästig so wie Kacke am Stiefel lästig so ähm noch ganz kurz ne das gibt es auch hier mit blauem Hintergrund ähm wenn man einen Sparduschkopf nutzt ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren oder durchleuchten ähm sondern nur zeigen dass es da auch andere Sachen gibt hier mit dem Kochtopf wenn man den Deckel drauf setzt ähm oi 65% deiner Energiekosten ja das ist doch mal was wenn das stimmt das ist mal was wie viel war es beim Duschkopf 30% immerhin ist schon mal ein Drittel ja und dann das Goldgebende ne mit der ganz klaren Botschaft äh das was bei den anderen dann kleingedruckter steht steht es bei dem anderen kleingedruckt ja es macht viel aus wenn du genau ähm steht da noch mal ganz klar in groß es macht viel aus wenn du viel ausmachst aus die Heizung nein besser den Fernseher und für möglichst für möglichst lange Zeit ja aber dann kriege ich doch gar nicht mehr mit was in der Welt geschieht ja sei doch froh geh mal in den Wald sei doch froh die Natur ist der beste äh Botschafter nenne ich ihn mal der beste Botschafter den du haben kannst ist die Natur da kommt die Botschaft die du wirklich brauchst in deinem Alltag im Leben die kommt sozusagen wie eine drahtlose Verbindung von oben zack direkt in dir rein ja das macht die Natur deswegen geht es mir heute so wunderbar nach diesem dreistündigen Spaziergang den ich jetzt gemacht habe ähm ja und dabei möchte ich das schade das auch belassen und ich dachte noch da machst du ein aus dieser kleinen Propagandakunde vorgemachst ein Kurzling draus Kurzling das ist mir so als neue Schöpfung eingefallen im ähm ja jetzt hier für YouTube für kurze Videos einfach ein Kurzling der so 5 bis 15 Minuten maximal 20 geht jetzt bin ich schon wieder bei 27 27 aber gut drücken wir mal ein Auge zu ich werde es trotzdem wahrscheinlich als Kurzling reinpacken obwohl es viele die nicht so viel Zeit in ihrem Alltag haben dann denken oh halbe Stunde nee komm lass mal und ja für die ist besser 5 bis 10 bis 15 Minuten 15 Minuten ist für die schon viel und 20 arg an der Grenze kann ich gut verstehen ja ähm ich werde mich weiter bemühen und verbessern ja und ich könnte euch an der Stelle noch eine Menge Literatur mit an die Hand geben ne Propaganda Erster Weltkrieg Zweiter Weltkrieg ähm ich möchte es dabei erstmal zumindest was äh Bücher wissen angeht dabei belassen allerdings möchte ich euch aufmerksam machen auf eine wunderbare Folge ähm auf na YouTube ist der gute Mann nicht mehr von Mark Mobil der hat eine Sendung gemacht vom 1. Oktober mit dem Titel ähm war das das jubel in Moskau und da geht es unter anderem auch darum dass er eine Falschnachricht entlarvt hat ne aus dem amerikanischen Fake News ich sag Falschnachricht ähm ähm und der macht das hier ganz sauber und wunderbar er ist ja auch Fachmann Journalist er weiß wie sowas geht traurigerweise ne muss man sagen als Journalist da sollte man doch eigentlich davon ausgehen dass man da nur ehrbare ähm Methoden und Techniken kennt die der Menschen von Nutzen sind ne ähm deswegen sagt er auch nicht umsonst wenn ihr schon demonstrieren geht ähm dann bitte nicht am Bahnhöfen was soll das und an Rathäusern die lachen sich doch kaputt wen wollte damit erreichen nein stellt euch vor die äh hier vor die Redaktion das macht was aus stellt euch vor die Schweinepriester die jeden Tag das Gift in euren Kopf reinstreuen da steht ihr richtig vor das sagt er das ja hat er mein Recht muss ihm muss ihm lassen da hat er recht und schaut euch das an wie er da diese ähm diese Falschnachricht sauber entlarvt hat in dieser Folge und dann gibt es noch eine weitere Folge ähm da geht's ach das ist wieder ein anderes Thema egal ähm ich belasse es hierbei kommt ihr selber schon noch drauf alles klar dann würde ich sagen ähm macht's gut meine Lieben und ja bis demnächst und Heil und Segen auf all euren Wegen macht's gut das gefühl und und es noch drauf geht's tafft ja